Eigentlich könntest du die letzte Folge jetzt auch aus deiner Perspektive machen. Es ist jetzt eigentlich nicht mehr so dramatisch, weil du hast alle anderen Folgen, bis auf irgendwie zwei, die erste und die... ...zwei oder eine, ich weiß es nicht. Eher aus deiner Perspektive, weil ich halt dieses tolle Aufnahmeproblem hatte. Naja... 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 Wenn gleich aller Ruh für die Rettung mehr zufallen wird, glaubt nicht, dass ihr leer ausgehen werdet. Ihr habt euch hier Bande geschaffen, die ein Leben lang halten werden. Ah, das ist ja drin, ich bin so... sogar, dass sie das gesagt hat. Weil wir gespielt die ganze Zeit so. Weil wir keine... keine Begrüße. Oder vielleicht den... Hey, hab ich doch schon, oder? Okay. Oh mein Gott, wir waren schnell. Ja. Wo bin ich? Es geht hier voll weit runter, ich hab Angst. Ja, viel Spaß. Ich kann hier ein Portal hin machen, also hier, bei dir. Genau. Und... Sonst nirgendswo. Oh, hier ist wieder ein Brett! Ja! Du mit deinem Brett einfach. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Also, ich schon. Kannst bitte zurückkommen. Ich bin vor der Tür, du kannst mich durchlassen. Du bist wieder da, da musst du eh hin, wo du jetzt bist. Enttäuscht mich nicht. Ähm, Flo? Geh zum Laufen. Also, noch nicht Laufen, aber stell dich dir vor. So. Schau mal. Ich wette, du erzählst, was du machen musst. Ah. Stürbte? Ja. Oh, okay. Wegen dem, okay. Dann... Also, ich drücke und du musst laufen, okay? Okay. Oh, er springt. Du hast mehr nicht geschafft. Ich bin der Bodyguard. Ich bin der beste Bodyguard. Die Türbombe geht aber zu. Nein. Ich bin der Türsteher meinte ich eigentlich. Aber egal. Der Bodyguard beschützt die Tür. Boah, ich dachte, ich springe jetzt einfach runter. Nein. Wäre okay. Äh. Brett. 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 Ich frag mich, was für ein Zufall, dass das genauso aussieht wie das letzte Brett. Ja. Hast du es? Wer ist dasselbe? Du? Und so wenigste Gang genauso breit wie vorhin. Darf ich... Hast du eine Karte? Ich bin klein. Das zählt. Oh, ähm. Oh, Stachel! Pass auf, ne? Oh. Oh. Ich hab hier ein... 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 Portalfläche! Und der ist ne 2. Oh mein Gott, Flo. Ich kenn die Lösung schon. Oh mein Gott. Aber wie kommen wir da hoch? Hinfliegen. Was passiert, wenn du auf dem Knopf stehst? Nee. Nee. Der hier nichts. Weil der... der geht nur wenn ein Rush drauf liegt. Über Flo das hat. Achso, das ist sowas. Das haben wir von der Seite nicht. Ich hab die Idee, Flo. Oh mein Gott, Flo. Ich hab die... Alter, das ist einfach nur krank. Das ist einfach nur krank. So. So. Wir hauen das da hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte, warte, ich mach noch mehr hin, bis das zu wenig ist. Aua. Ich will halt nur schliess. Warte, von der anderen Seite auch. Okay, kurz. Hui. Hui. Ja. Okay, perfekt. Warte, ich komm zu dir hoch. So. Oh nein, kann ich gar nicht. Äh, dafür oberste ich dich einfach mal. Ähm, du musst... Äh, sit vor und hinter dich ein Portal. Musstest das nicht du machen? Damit du es dann dort machst. Das machst du? Okay. Äh, okay. Eigentlich... Ja, okay, dann mach ich's. Warte. Stimmt eigentlich. Und jetzt musst du aber nur... Run. Kannst du mich... Okay. Geht's dir gut. Ja, alles super. Willst du diesmal? Yay. Äh. Alter. Oh mein Gott. Was ist das? Okay, welches muss ich... Weiß ich. Oh. Okay, ähm. Du... Ähm. Ah, okay. Ja. Hihi. Äh. Äh. Okay, ähm. Ähm. Und jetzt kann ich das glaube ich mit dir machen? Ja. Ja. Okay. Ähm. Alter war das knapp. Oh warte ich sollte es vielleicht... Es... Es soll es gar nicht zu mir rüber. Äh. Äh. Jetzt schaffen wir es. Das... 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 Das friech ich. Da ist keiner. Puh. Perfekt hat's mich erwischt. Eis auf. Easy. Der letzte... Was tut man kann auf der Seite entlang? Loll. Yay. Der ist gar schon fast richtig drauf gefallen. Angesichts eures Tempos bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weinender, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Krasse Motivationsrede. Ja. Sollte Motivationsrede nennen. Habt ihr schon einmal Menschen gesehen? Sie sind genau wie man es sich vorstellt. Übel riechend. Widerlich. Anstrengend. Manchmal möchten sie einen auch umbringen. Aber sie sind tolle Test-Subjekte. Oh, ein Laser. Der macht Pssssss. Der macht Pssssss. Ich dachte, den Laser machen, Pew Pew. Aber der macht Pssssss. Pew Pew. Ich bin eine Biene. So. Das Geräusche. Wohin fliegt das? Alleine Landebahn. Jaaaa. Vielleicht können wir gleich mit dem Flugzeug fliegen. Vielleicht sollen wir da auch gar nicht landen, sondern wir sollen da in den Laser rein spielen. Okay. Pass auf, aufsteh. Ich glaube, das sollte ein Portal sein. Ja, für dich. Danke. Ich glaube, das sollte genau da auch ein Portal sein und dann müssen wir da oben irgendwas machen. Ähm. Oh, das sind Tourettes. Ich weiß, hab ich schon gesehen. Die schauen irgendwie alle in die Mitte da. Oh, komm, wir. Ja. Du bist nicht sofort gestorben. Wolltest du ganz lustig sein? Ey, willst du das mal machen? Okay. Und ich mach dann irgendwas mit dir? Soll ich einfach springen? Ja. Okay, dann schreien wir das mal an. Wie könnte das... Ah, da ist noch ein Knopf. Ah, dann ist da unten ein Ding. Da ist was. Ähm. Du hast ihn getötet. Nein. Nein. Egoll, hä? Egoll, wie hoch der fliegt. Was? Nein. Egoll, wie hoch der fliegt. Wo warst du? Wo warst du? Ich bin hier unten? Aha. Was? Ich bin hierher gekommen. Was ich sagen wollte, ist, dass hier auch eine Plattform ist. Okay. Cool. Ja, okay. Aber genau, damit können wir uns dann rüber schießen. Aber wir müssen erstmal die Turtles zerstören. Das darfst du jetzt machen. Du kannst nämlich mit dem Würfel jetzt gleich nochmal das machen, wie wir halt geflogen sind. Nur, dass du dann den Würfel ins Laser hailst und alle Turtles damit gestörst. Warte, warte. Da soll das liegen bleiben. Okay, warte. Ähm. Okay. So and so. Oh, warte. Ähm. 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 Wie machen wir das? Ähm. Du könntest machen, dass der hier runterfällt. Würfel von der... Ja. Und dann der... Ja. 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 Und dann halt... Ich hätte mir gedacht, dass er vielleicht von da hoch fliegt und ich ihn in der Luft fange, während ich hier die Rampe benutze. Ich weiß nicht, ob wir das timen können, aber... Ja. Äh. Er könnte auch dir entgegenkommen. Mann. Stimmt. Das wird echt scheiße komplex. Okay. Ähm. Warte, ich muss überlegen. Wenn der Würfel weg ist, dann muss ich da. Okay. Äh. Run. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Als ob. Oh nein, 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 nein. Joa. Äh. Als ob. Ich hätte nie nicht gedacht, dass wir das beim First Trail schaffen. Ich auch nicht. Was? Loll. Ähm. Ja. Ja. Muss ich das jetzt machen? Äh. Ja. Äh. Da und da einfach ein Portal. Oh nein, da und dann da oben halt. Ja genau. Äh. Ja. Äh. Alter. Noch zwei Tests, bis wir bei die Ration kommen. Oh. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Nach diesem hier folgt nur noch ein Test. Ich weiß, eure Kerne entstandenen Taschenrechner. Geeignet für simple mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß vielleicht sogar... Ja. Oh mein Gott, ja. Flo, warte. Wir dürfen wieder Spaß haben. Ja. Oh mein Gott, Flo, warte. Okay, jetzt macht alles. Okay, warte, warte, warte. Äh, irgendwas wo man fliegen kann? Da. Wo bist du? Ich bin zu weit geflohen. Wenn diese Strecke nicht abschließt, müssen diese Menschen sterben. Wollt ihr sagen? Was ist das? Das ist, äh... Ich bewirkt nicht. Ich glaube ich weiß was wir machen müssen. Äh, ich wüsste nicht wie sich das ausgehen soll, Flo. Das geht sich locker aus. Ich meine, dass ich das Portal nicht setzen kann, weil da eine Nichtportalfläche ist und ich somit ein bisschen näher zu dir muss und weiter weg vom Knopf bin und da dann hinrennen muss. Ich kann den Weg von deinem Laufteil bis zum Knopf, kann ich mit dem orangenen Zeug vollmachen. Oha. Also ich drück den Knopf, lauf zu dir, platziere das Portal, lauf zurück und spamme den Knopf weiter. Ich brauche hier ein paar Tage. Ah ja. Okay, Knopf drücken. Äh, da nimm... Lauf, lauf, lauf! Oder spring. Das ist ja überhaupt nicht knapp. Danke, ich weiß nicht, wie ich den gerade bekommen habe. Ich habe mich nicht eh gedrückt. Ich habe ihn zu dir hingereicht und dann hattest du. Die meisten sind gute Testsubjekte. Bleibst du. Ich glaube, auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsst nun also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Ich kann nicht hin. Ach mein Wärme... Ah! Was ist passiert? Hast du einen Knopf gedrückt, oder... Nein. Ich bin einfach gestorben. Findet die Tür zur Kammer Boah, Sklalos ist voll aggressiv Ja, das war gerade echt aggressiv So kenne ich sie gar nicht Ich kenne sie nicht anders Okay Oh lol Ich weiß, was wir machen müssen, aber nicht wie Ich schaue gerade, wir können ja gar keine Portale platzieren, oder? Und da und da, aber sonst? Ja, ja, aber keine, die uns nützen, weil wir können mit der blauen Flüssigkeit gar nichts machen Wir können uns nicht irgendwie, äh, boosten Weil wir haben nichts, wo wir rennen können, oder oft abspringen können, oder so Boah, voll schlecht gemacht, die, äh, Tropfen spawnen da drin Hä, das ist normalerweise auch so flüssig, du wusstest das nicht Ich glaube, soll das irgendetwas wichtiges zu bedeuten, dass es hier auch tropft? Nein Oder, keine Ahnung Wir können mit der blauen Flüssigkeit gar nichts machen Wir können mit der blauen Flüssigkeit gar nichts machen Drückst du den Knopf, den da? Schon, aber ich mache zu So Äh, komm Das sieht voll lustig aus, ne Hä, nochmal Nochmal Ja Aber wie komme ich durch zurück? Oh Ah So bin ich auch hingekommen Ja, schon, aber, ähm Anscheinend hat das doch einen Sinn, dieses Tropfen Ja Ja, stimmt Oh Alter, ist der, what the fuck? Ich weiß, wie wir das machen Okay Also, erst einmal Lol Ich komme zu dir Okay So Dann platzier, äh, platzierst du ein Portal da Komm mit Jetzt platzierst du ein Portal da unten Das, ah, ja genau, das war der andere Das andere, perfekt Jetzt spring ich runter Und jetzt mache ich es für dich Wieso kann ich nicht durch mein eigenes Portal springen? Ähm, na ja Wir müssen ja Koop spielen, weißt du Ach so, okay Dann muss ich dir hier kondumieren Okay, ja, passt Ich wollte den Kopf voll mit dir machen Ein Bunker Ah, falls du ihn nicht gesehen hast Ich glaube, das ist die Tür Mach sie auf Okay Okay Mhm, ja Also, hier ist, äh, Schnellmachgel Bei mir Ah, okay Jaa Und hier sind Pfeile nach oben Deswegen, denke ich mal, wir müssen da rauf Ja, müssen wir Wir müssen wahrscheinlich hier so entlang laufen Und dann da hoch springen Weil da sind so zwei Flächen, äh, zum, äh, zum Beispiel Flüssigkeit machen Dann springen wir da rein Und, äh, fliegen hier aus dem Boden hinaus Und fliegen nach oben Und dann sind wir hier hin Und dann, oh, dass wir uns so halten Und dann können wir die Flächen machen Und dann werden wir so weit Und dann, wenn man da zahlt, wir müssen da laufen Und dann, wie geht's dann aus dem Boden Und dann ist dann der Flächen Wie geht das? Aber in die andere Richtung könnte es gehen, warte So, und jetzt so, und so, und... Warte mal, haben wir schon geschaut, ob da oben ein Portal vielleicht ist? Sorry. Was ist denn los? Ich dachte, du hättest geschaut. Ja, wow. Als du halt die ganze Zeit rauf und runter geschwungen bist, dachte ich, du hättest geschaut, ob da Portal Flächen sind. Nein, ich hab versucht drauf zu kommen. Da ist ein Würfel. Jetzt nicht mehr. Da bin ich ersetzt. Ja, also... Kannst du da unten den Knopf drücken, dann kommt die Oberflüssigkeit. Ich hab den Würfel. Boah, der ist übelst ranzig. Warte. Da. Ja. Aber ist der jetzt irgendwie rutschig? Kann der jetzt... Ja, ja, der ist rutschig schon. Boah. Boah, ich hätte voll gerne Würfel mit blauer Flüssigkeit. Der springt jetzt um den Flummi rum. Nein. Nein, nein, nein. Ähm. Ne, Leute, ich kann ihn nehmen. Ja. Boah. Dann werfen wir ihn so runter, den blauen Flummi. Äh, den blauen Würfel. Und was machen wir jetzt mit dem Würfel? Ich weiß nicht. Ich kann noch mal, äh, ein bisschen Flüssigkeit hierher holen. Einfach weil... Da ist ein Knopf, also eine Fläche so. Und hier sind, äh, Override, äh, Hebel. Und hier sind, äh, nicht ausgefahrene, äh, solche Flächen. Und wenn wir die ausfahren, dann könnten wir zu den Override-Schaltern, die wir brauchen, um die Tür zu öffnen wahrscheinlich. Ähm. Kommst du kurz zu mir? Hinter dir? Ja. Oh mein Gott, ich weiß, dass es ist, Flo. Das sind die Brücken. Das sind die einzigen einzelnen... Ich zeig dir, was ich meine. Ähm. Hier. Schau mal. Oh, 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. Wie geil ist das denn? Du willst nur einen Würfel? Ja, ich, ähm, mach ihn, sobald du sagst, das geht, drücke ich den Knopf hier. Geht, 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 geht. Schleimiii. Oh, Leute. Schleimiii. Schleimiii. Okay, jetzt gehen wir wieder trotzdem. Ich hab ihn gedrückt, aber auch cool. Okay, und jetzt müssen wir den loslassen und dann, äh, warte, ist das Portal bereit? Welche Richtung müssen wir? Wir müssen nach rechts. Okay. Die wird gleich weg sein. Ich habe noch gedrückt, oder? Ja. Hä? Ist irgendwas passiert? Es kamen Geräusche. Ich glaube, es war nicht gleichzeitig, könnte es sein. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war nicht gleichzeitig. Kannst du hier unten ein Portal machen? Wo? Hier irgendwo, äh, da zum Beispiel, oder da, damit ich hochkommen kann. Komm, wieso bin ich nicht schnell genug? Lass laufen. Ja. Aber was passiert jetzt? Jetzt enttäuscht mich nicht. Warum ist da noch so aggressiv? Wieso ernst einfach? Oh. Enttäuscht. Hm, der andere Raum ist jetzt offen. Ich weiß es, ich wollte ein bisschen schneller sein. Ähm, okay, wir werden hier empfangen. Ähm. Wieso? Oh, okay. Verdient. Ähm. Achso, lol. Ich habe mich gerade gefragt, wo ich bin. Kommt da? Oh mein Gott, wie cool. So, schau mal. Es passiert nichts, weil der Schleim aber nach oben gedrückt wird und deshalb irgendwo in der Decke hängt. Oh, wow. Deswegen ist hier oben, ähm, blau ganz ganz oben an der Röhre. Äh, ich weiß jetzt nicht. Kannst du? Oh. Ich habe das nicht gesehen. Ähm. Die riesige Cloud-Leuchten der Wand da. Hast du nicht gesehen. Also wir können hier blau hin machen. Die Flüssigkeit da rein. Die darf ich. Okay, und jetzt mache ich so. Oh. Und du machst es aus, wenn es halt über ihnen ist. Mit Ausricht ist die Plade weg. Also jetzt so. Okay. Oh, der eine macht World Shops. Oh nein. Lalalalalala. Ähm. War ich das so richtig? Und jetzt? Ja, das machst du voll, Flo. Und jetzt müssen wir hier entlang. Wo müssen wir jetzt hin? Wir sehen uns gleich nach einem Werbeunterbrechung wieder. Wollen Sie auch endlich gute Unterhaltung sehen? Und sind es jetzt leid, auf YouTube immer nur langweilige Videos zu sehen? Kommen Sie auf die Fox-Kanäle. Hier gibt es Entertainment pur. Äh, magst du auf den Knopf zersteigen? Ja. Nein, das ist nicht das Rätsel hier, Löser. Tschüss. Jetzt musst du das alleine machen. Viel Spaß. Du machst dort hinten am Boden das Blaue. Äh, das ist Wusch. Man fliegst nach oben, machst dann da das Wusch. Und dann machst du gar nichts, weil niemand dort unten auf dem Ding steht. Okay. Oh, äh, vergiss es, du brauchst gar nicht herkommen. Wir haben es gelöst. Was musst du machen? Äh, da war ein Knopf. Du siehst es jetzt eh, warte. Ich sterbe mal. Obwohl, na, okay, ich sterbe. Schau mal, da vorne ist jetzt ein blauer Behn. Jaaaa. Oh, man muss gar nicht springen drücken. Da stimmt was nicht. Die Tür sollte sich öffnen. Schaut mich an. Schaut sie dich an. Schaut sie mich an. Ja. Versucht es. Orange, was hast du gemacht? Blue macht dasselbe wie Orange. Kann ich nicht. Ich kann nämlich die Sachen nicht auswählen. Als ob. Was ist mit der Kamera? Wir können ja, äh, irgendeinen Handschrank machen. Wir brauchen nicht winken. Können wir? Oder geht das? Wer kennt, dass ihr keine Menschen seid. Geschafft. Ja, für Fake. Alter, das hat uns nicht gerettet. Ah, sieht voll gut aus. Da bin ich. PTF ist da dringend gefangen. Die Menschen. Fallout 76. Da kommt das Licht plötzlich. Ja, ich wollte grad fragen, hey, wieso ist hinter uns Licht? Oh, wie süß sich das angehört hat. Was? Klar, das wird nicht gelohnt. Hä, klar, das wird nicht gelohnt. Was? Geglücklich, die sich anhört. All diese Testsubjekte. Oh. So viele Tests. Oh Gott, diese Stimme. Die Wissenschaft dankt euch. Genug gefeiert. Es gibt noch mehr Arbeit. Ich wusste es. Nun zur Wissenschaft Wie geil Ich werde irgendwie voll happy Ich hoffe, dass du mich glücklich gemacht So viele Testopäckte Alter, das hat sie so krank angehört Das ist schlimmer als dieser Smiley Aron, Aron, Aron Oh mein Gott, warte mal Da muss Hassan dabei sein Ja, okay Hey, da war ein Würfel Da war ein Fragezeichen auch Achso, der Würfel war wahrscheinlich ein Fragezeichen am Bildschirm Oh, hey, da war ich Du heißt Ray, 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 keine Ahnung Oh mein Gott, Kale George ist das Tor red Das war's mit dem Portless Clay Ich hoffe, es hat euch gefallen Oh, haben wir heute keine zu Häufiges Nicht-Erscheinen Ja, wir sehen uns dann irgendwann im nächsten Video Was dann irgendwas anderes Ja, okay, Entschuldigung Tschüss Ich hoffe, es hat euch gefallen